Na komm Ashley, wir gehen mal weiter. Oh, ganz ruhig, hey Lady. Wir sind also in der Burg und ich würde sagen, wir schauen uns hier ein bisschen genauer um. Haben wir schon eine Map dafür? Weil wir haben jetzt eine Schatzkarte. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, das ist kein kleines Areal. Wir gehen einfach mal durch. Wir schauen uns das mal an, ohne uns irgendwie an die Map zu halten. Das Ding würde ich trotzdem gerne mal ausprobieren. Äh, nicht mit dem Bombenaufsatz, aber mit dem Bolzen schon, was... Oh, okay. Okay. Erstmal nicht. So, was haben wir denn hier? Hier gibt's einiges zu sehen. Da hinten zum Beispiel. Eine Armbrust, hm? Glaube eher nicht, dass wir Freunde werden. Eine... Eine Armbrust. Oh, oh. Wann haben wir denn da? Zum Hof kommen wir nur durchs Tor. Den roten Teppich werden die nicht für uns ausrollen. Das bezweifle ich auch, ja. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Oh, okay. Was ist denn das? Sieht jedenfalls nicht nach Deko aus. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Und ich weiß nicht, ob ich das wirklich wissen möchte. Ist hier sonst irgendwo? Uh! Sonst irgendwas? Ich glaube nicht. Okay, komm. Von wegen in die Traufe. Ja, das ist ein weiter Weg bis da hinten hin. Komm, Ashley. Wir müssen los. Wir müssen da hinkommen irgendwie. So, hier ist nichts. Dann gehen wir noch mal ein Stückchen runter. Und da hinten sind schon ein paar Kultisten. Hört sich gut an. Drüber springen können wir hier. Okay. Ähm. Ja, ja, klar. Machen wir mal. Nächstes Mal. Ich glaube nicht, dass wir hier durchkommen, oder? Das ist keine Tür. Nö. Kein Tor, das wir öffnen können. Ja, dann gehen wir noch mal den langen, beschwerlichen Weg durch diese Folterkammer hier. Das sieht echt einladend aus. Bist du da? Was ist das? So, jetzt aber. Lieber Bolzen. Mach deine Arbeit. Was geht hier ab? Was ist das? Keine Ahnung, aber ich will es explodieren sehen. Was ist das? Was? Was war das? Bolzen in die Hand? Ich muss jedes Mal Bolzen rein tun. Okay. Ashley! Ashley, alles okay? Komm her. Geht's dir gut? Ja. Huh. So. Wie viel, wie viel haben wir davon noch? Ja. Ein bisschen haben wir noch. Okay. Bolzen. Stiefelmesser. Was ist ein Stiefelmesser? Weißt du, was ein Stiefelmesser ist? Ich hab gar keinen Platz mehr, Mann. Nahkampfmesser. Stiefel. Küchenmesser. Stiefelmesser. Ein Messer, das bei der Jagdanwendung findet. Ein, was? Ein Massenprodukt, bei dem der Anschaffungspreis im Forderung stand. Nicht die Haltbarkeit. Nichtbarkeit. Okay. Also wird es uns keine großen Dienste erweisen, wie es aussieht. Ähm. Wir haben so viel Stuff, ne? Ich wünschte, ich würde... Das Ding ist schon ganz geil, muss ich sagen, hier. Aber nur, glaube ich, mit diesen, ähm, Minenaufsätzen. Glaube ich. Ich weiß nicht. Wir haben sehr viele Messer. Ich weiß gar nicht, ob wir so viele Messer brauchen. Egal. Was zum Henker bist du? Das ist schon ekelhaft. Alles okay? So. Kann ich mich jetzt mal hier ein bisschen umsehen? Liegt hier irgendwas rum, was ich benutzen kann? Oh. Oh, da hängt ein Bolzen drin. Cool. Das ist wahrscheinlich meiner, den ich verschossen hab. Ist hier noch einer irgendwo? Vielleicht ist er hier raus geflogen? Nein. Gut. Dann gehen wir zu diesem Altar. Auch hier gibt es nicht wirklich irgendwas für uns. Schade eigentlich. Weg mit... Was? Hä? Ich hab da nichts gedrückt. Oh. Kann ich an der Orgel spielen? Geht das? Okay. Das wär cool, wenn das jetzt gehen würde. Wenn ich da dran komme. Komm ich nicht dran, ne? Ah, vielleicht so. Komm. Ne, ich komm nicht dran. Ich will auch nichts zerdeppern hier. Oh. Hier haben wir neue Krüge, die wir zerdeppern dürfen. Okay. Schießpulver. Thank you. Komm, Ashley. Weiter geht's. Wobei... Kapelle. Ja, hier ist nix mehr. Ab geht's. Ich hoffe, das wird kein normaler Gegner. So ein Vieh. Weil das war schon echt hart. Ach, hier sind wir jetzt auf der anderen Seite gelandet. Okay. Ein Pape setten. Sehr gut. Muss ich hier eigentlich? Nein. Hier auch nicht. Auch nicht. Aber hier müsste ich eigentlich, äh, nachlegen, ne? Ja. Vielleicht kriegen wir es ja hin, jetzt ohne diesen Minenaufsatz. Mal gucken, was es bringt. Was ist das für ein Geräusch? Oh mein Gott. Morte. Morte selbst. Okay. Scheiße. Wo ist mein... Hallo? Wow. Ganz ruhig, Kollege. Okay. Nein, 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 nein. Dafür brauchen wir was anderes, wie es aussieht. Ich hasse alles. Warum bin ich hier aus dem Bild? Ich verstehe es nicht. Oh. Ashley. Ähm. Die wurde voll erwischt. Ashley, komm. Verletzt? Ähm. Nein. Nein. Alles okay? Ja. Nichts passiert. Okay. Wir müssen, wir müssen... Häuser. Habe ich ihn erwischt? Ich glaube nicht, ne? Warum nicht? Ich verstehe es nicht. Warum... Wo liegt denn das Problem? Die Umgebung ist doch erfasst. Nur weil ich hier mit dem Sniper ein bisschen ziele. Ich sehe nicht. Komm schon. Ich weiß nicht, ob ich ihn erwischt habe. Ich weiß es echt nicht. Okay. Wahrscheinlich nicht, ne? Okay. Ja, dann kommt mal her. Wow. Freunde, ganz ruhig. Er kann aber jetzt nicht hier, äh, irgendwie um die Mauer herum schießen, oder? Äh, ich lebe ruhig dich. Wir gehen hoch. Oh, guck mal, da oben ist so eine blaue... So ein blaues Ding. Weißt du was? Das schieße ich direkt mal ab. Sehr gut. Das hätten wir. Komm mit. Was? Was war das? Ein Drache? Oh, alter. Muerte. Alter. Wir haben wohl... Also einiges hier. Ops. Nein, nein, nein. Weg. Ashley. Ashley, komm. Alles okay? Ja. Nichts passiert. Okay. Cool. Katapult. Wir müssen, glaube ich, da... Wir müssen da ein bisschen schneller sein. Glaube ich. Weil, äh... Ja. Okay, gut, dass wir hier starten. Das sieht krass aus. Das sah richtig krass aus. Okay, wie sieht denn das hier aus eigentlich? Da ist auch eine fette Kanone, aber... Ja, ja, ja. Nee, oder? Sie haben Katapulte? Jo. Aber wo ist das Katapult? Ich sehe das gerade nicht. Oh, da hinten. Okay. Komm, wir rennen durch. Okay. Ich denke, das ist okay. Bleib mal gerade weg. Oh, noch zwei. Okay, ich beeile mich schnell. Ich gucke mal, ob es hier irgendwas gibt. Du sollst wegbleiben von mir? Bist du wahnsinnig? Wofür drücke ich das? Ganz ehrlich. Das ist doch unglaublich. Wofür habe ich das überhaupt gedrückt? Wenn die eh mitkommt. So dumm. Bleib hinter mir. Okay. Wo ist sie? Da. So, ich muss erstmal hier... Den hier... Ah, Moment. Vielleicht kann ich hier irgendwas basteln. Weil ich brauche Platz. Ich könnte natürlich jetzt Flinten-Munition machen. Bonus. Sehr gut. Heilung. Kann ich nix machen, wie es aussieht. Dann kann ich das Zeug auch nehmen. Sehr gut. Komm mit. Achso, Moment. Das ist nochmal ein herzlicher Empfang. Was ist hier? Nix. Das ist... Das ist mal ein herzlicher Empfang. Da sagst du was. Junge. Mit Katapulten. Oh. Hallo. Hallo, Senior. Jörg. Willst du mich verarschen? Wo kam der denn jetzt her? Gehts? Ja. Alles okay. Okay, cool. Dann kann man mit. Junge, das Schloss hier, die Burg, das ist kein Zuckerschlecken. Okay, hier schießen sie also auch hin. Wo ist sie? Hinter mir? Wo, wo, wo. Wo, wo, wo. Oh nein. Hau ab. Bisschen Schießpulver. Hier brennt's Lichterloh. Geht nicht auf. Scheiße. Ist nicht gut. Was ist hier mit? Mit dem Galgen. Was? Sag mal. Komm. Alles okay? Let's go. Oh mein Gott. Alter. Der hat mich erschrocken. Nimm die Pistole. Komm, wir müssen los. Boah, das ist... Jetzt weiß ich auch, wieso sie nervt. Jederzeit. Komm. Baldig. Kleine Nervensäge. Oh mein Gott. Was ist das? Rohstoffe. Ja, geil. Oh. Wir sind jetzt hier ein bisschen eingesperrt, wie es aussieht. Okay, hier runterspringen? War das... Okay, cool. Weiß nicht, ob das jetzt die richtige Lösung war. Das könnte klappen. Was denn das da? Oh. Was wir jetzt damit machen, weiß ich noch nicht, aber es scheint richtig gewesen zu sein. Vielleicht können wir so die Katapulte zerstören. Okay, wir müssen wieder hoch. Hier gibt's nichts für uns. Äh... Burgtor. In der Mitte ist auf jeden Fall was. Hier ist noch ein Schatz, aber da kommen wir nicht rein. Na gut. Schauen wir mal. Okay, hier geht's wieder hoch. Der Alter. Du willst mich verraten. Du willst mich verraten. Ähm... Vielleicht sollte ich erst einmal... ...mich ein bisschen äh... ...aufladen. Warum? Wir haben kein Kraut mehr, ne? Scheiße. Wir haben nur noch so ein Ding und das war's. Uh... Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Shit. Okay, wir müssen aufpassen. Oh, rotes Kraut. Grünes Kraut bräuchte ich. Okay, warte, warte. Ja, 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 ja. Ich seh das schon. Schnell hier vorbei. Alles mitnehmen. Das Ding mitnehmen. Eleganten Armreifen mitnehmen. Ach, hier sind wir auf der anderen Seite. Okay, verstehe. Okay. 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 So, komm, 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 komm. Oh, nee, wir müssen eigentlich da lang, ne? Oh, fuck. Ich bin's wohl. Lass dir meine Ruhe. So. Ich guck mal, was es hier gibt. Verletzt? Nein. Mist, verschlossen. Wir müssen uns was anderes überlegen. Verschlossen. Okay, ich geh mal zu der Kanone. Weil das muss ja irgendwas... Irgendwas müssen wir ja mit der Kanone wahrscheinlich machen. Oh mein Gott. Du willst mich doch verarschen. Alter, wo ist sie? Komm mit. Geht's dir gut? Komm, 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 komm. Ja. Leon, nein! Komm, schnell. Okay. So, was wir zuerst machen müssen. Ich... Es tut mir sehr leid, aber ich muss. Mir bleibt nichts anderes übrig. Für die Heilung haben wir leider auch nichts. Nur ein rotes Kraut. Fuck, was mach ich denn mit dem Ding hier? Äh, was mach ich denn mit? Ashley! Boah, alter Ashley. Komm her. Alles okay? Ja. Nichts passiert. Komm, 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 komm. Oh mein Gott, wie mich das aufregt. Oh. Hä, was muss ich hier machen? Danke. Ja, danke. Oh mein Gott, guck dir das mal an da hinten. Ashley! Geht's dir gut? Ja. Ja, die ist direkt neben mir, aber was soll ich dir sagen? Ich geh weg. Okay. Ashley! Oh, du bist so doof. Wirklich. Wenn du jetzt stirbst. Fuck. Das wird laut. Ashley! Oh. Sie kann sterben von Granaten. Ich sollte keine Granate vor sie schmeißen. Ja, das... Ich dachte, sie sagt nur... Hey, kannst du mich nicht warnen? Dieses Mal wohl nicht. Okay. Scheiße. Was? Moment. Nein! Das ist nicht dein Ernst. Was für eine... Was für eine blöde... Was für eine blöde... Leon, nein! Leon! Warum habe ich in die falsche Richtung geguckt? Ich habe doch gerade noch auf ihn geguckt. Boah, ist das dumm. Boah, ist das eine blöde Stelle. Ich mag die Stelle nicht. Das ist... Das ist stressig. Das ist mega stressig, Mann. Ja, ja. Ja, okay. Ja, haben sie. Ja, komm, okay. Das ist doch mal ein herzlicher Empfang. Immerhin wissen wir jetzt, wo es lang geht. Ja. Wo kommt der andere jetzt her? Ja klar, der kommt wie aus dem Nichts, kommt der einfach aufgetaucht. So eine Scheiße. Okay. Na ja. Sicher. Ja, sicher. Hier ist dieser Eingang. Das heißt, wir müssen hier lang. Ich mach das so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Ballern die nicht hier hin? Doch, oder? Eigentlich ballern die doch auch hier rein. Okay. Ah, hier ging es nicht lang. Dann eben hier. Komm, Herr Schley. Ball dich. Was war das denn? Geht's dir gut? Ja. Komm, weg, weg, weg. Leon! Halt's Maul! Nein, ich will nicht in anderen Schwierigkeitsgrad. Diese Stelle ist einfach nur dumm. Dumm und dämlich. Packt mich ab. Und fuckt mich mega ab, diese Stelle. Weil er einfach dumm ist. Und weil ich so viel... Kann ich sie... Kann ich dich nicht irgendwo in eine Box packen oder so? In irgendeinen Schrank? Geht das nicht? Äh, hier. Ja, ja, jeder, ja, jeder. Ja, haben sie. Bleib weg von mir. Bleib einfach hier, bitte. Bleib einfach hier. Oh. Sorry. Keine Absicht. Okay. Das war's. Wir gehen weiter. Das ist doch mal ein herzlicher Empfang. Ist alles okay? Hey, alles klar bei dir? Ja, danke. Schön, kein Problem. Komm, wir gehen weiter. Aber bleib bitte nicht in meiner Nähe. Das tut dir überhaupt nicht gut. Und du merkst es. So, nochmal. Auch ein neues. Wer kommt? Er. Oh, es ist dunkel. Okay. Auch den hat sie erwischt. Oh mein Gott. Wo ist sie? Du willst mich doch verarschen. Verletzt? Nein, alles gut. Mhm. Alles gut, du Spinner. Oh, wir müssen hier runter. Okay. Okay, ich wurde nicht einmal erwischt, das ist gut. So, ich weiß nicht, was ich mit dieser Kanone mache. Oh, das Tor aufschießen. Macht Sinn. Das heißt, ich muss die Kanone auf das Tor ausrichten. Wie soll ich das hinbekommen? Okay, komm. Komm, Ashley. Und was ich da unten auch sehe. Guter Schuss. Danke. Was? Was? Ich frage mich die ganze Zeit, ob ich die Katapulte auch irgendwie abschießen kann. Aber ich bezweifle es. Okay, komm. Okay, Moment. Moment, Moment, Moment. Da kommt was, ja. So, du bleibst schön fern von mir. Ashley. Das ist nicht dein Ernst, Ashley. Das ist nicht dein fucking Ernst. Komm her. Wenn ich jetzt erwischt werde wegen dir, dann bin ich echt sauer. Komm. Boah, ist sie doof. Jetzt weiß ich auch, wieso die mich abfuckt. Wenn ich jetzt sterbe, ne? Also, ganz ehrlich, wie blöd kann man denn eigentlich sein, Mädel? Wie blöd kann man denn sein? Oh, nein. Hey, 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 hey. Was? Willst du mich verarschen? Ja, ja, ja. die ist die frau es nicht mehr zu retten alles gut das hat eben keinen großen spaß gemacht sie nehme ich noch mit und wieder im durchlaufen schnell durchlaufen das packt mich so aus dem weg ja komm ja alles klar doch mal klar ich frage mich nur ob sie okay ist ob ob sie gut geht es tut mir sehr leid wirklich dass ich das hier so oft machen muss aber was soll ich euch sagen was soll ich euch sagen oh gott kommt schon die nerven säge stirbt einfach ja komm jetzt was und kein platz mehr das haben wir noch nie gesehen ah freunde ich weiß gar nicht was ich anders machen soll außer dass ich hier durch renne wie so ein irrer vielleicht finde ich ja irgendwo noch so ein blaues medaillon das ich vergessen habe da unten ist auf jeden fall noch eins das muss ich mir schnappen danke war ja nicht noch dahin ich dachte ich habe ihn nicht erwischt aber habe ich okay ich muss das ding hier nehmen weil wir sind halb im arsch und ich habe keinen bock nochmal den ganzen scheiß zu machen gar kein bock oh das habe ich beim letzten mal gar nicht gesehen ich bitte dich komm jetzt ich bitte dich komm geil sehr gut 5 von 6 das heißt da brauche ich auch nur noch einen ähm das gibt es doch nicht ich gehe echt in die falsche richtung komm wir müssen weg lass mich durch komm okay hier wird auf jeden fall was einschlagen oder nein boah ist das schlecht komm jetzt gut bleib einfach bei mir bleib einfach hier wir kriegen jetzt besuch glaube ich ne ja dachte ich zumindest moment kann ich den nicht von hier okay irgendeinen habe ich erwischt jetzt aber reicht das aber reicht das da hinten ist noch was aber ich sehe da niemanden doch jetzt sehe ich einen den habe ich erwischt das heißt der macht jetzt auch nichts mehr das heißt der macht jetzt auch nichts mehr das wäre echt schön oh guck mal da hab ich dich erwischt ne gut guter schuss ja danke ok weißt du was wir probieren das nochmal hier noch einmal oh oh fuck my life kommt her kommt ruhig her komm her da sind einige warte sehr gut fallen alle ruhig runter warte selle eh Komm, Ashley, mach keinen Scheiß So, okay, nochmal Oh, ich kann die Dinger zerstören, das sehe ich ja jetzt erst Ich kann die Katapulte zerstören, ich Schlauberger Hä, nicht zerstört? Nein Das war ein Treffer Nein, komm Okay Das hat gesessen Das Tormachschutz letztes Echt, der darf ich mal, bitte Boah, Leute Hätte ich das vorher gewusst Das hätten wir Warn mich doch wenigstens Ich bin zehnmal gestorben, Mann Warn mich Du spinnst wohl Okay, wir haben die ganzen blauen Symbole Diese Insignien haben wir getroffen Äh, viel mehr können wir hier nicht machen, oder? Äh, da ist noch ein Schatz Wo ist das? Genau Auf der anderen Seite Moment, da gehe ich mal gerade hin Hier Ist das hier? Oh Gott Ja, natürlich Ich trottel Ja gut Ich meine, wenn man das einmal halt nimmt Dann denkst du halt beim nächsten Mal nicht wieder dran Eigentlich sollte man das, aber Ich halt nicht Ich lade nochmal gerade alles nach Jürgen war das nervenaufreibend Und wir haben wieder Kein Boah, wir haben keine Ich muss das Ding hier eigentlich nehmen, ne? Ich muss Wir haben auch keinen Fisch oder so, den ich essen könnte Fuck Das sieht nicht gut aus Ne Das sieht echt nicht gut aus, Mann Schön, dass du es selber merkst Ich brauche auf jeden Fall grünes Kraut Äh, sie ist schon Äh, nah Bei uns Dass sie bei uns bleibt Bis hinten Wir können ja bei dem Händler Können wir ja kaufen, ne? Meine ich Vielleicht sollten wir da ein paar Von den Dingern kaufen Wenn das denn möglich ist Das würde mich sehr freuen Okay, hier gibt es sonst nix mehr Also ich seh nix Erschle, komm, wir gehen rein Oh mein Gott, ist das Oh mein Gott, da ist der Händler Perfekt Ja Was denn? Achso Ja, es ist schon echt schön Oh, wenn es voller Ah, ich seh, du hast dich um einen Auftrag gekümmert Ja, natürlich Selbstverständlich Was hängst du denn? Hier kann man auch speichern Das ist eigentlich gar nicht so schlecht hier Äh Kann ich sonst irgendwas machen? Alter, was hängt denn hier? Warum hängen die falsch rum? Das ist ja voll komisch Ein Auftrag ist vom Tisch Ja, ja, ja Bei dir Einsame Spitze, Fremder Danke Oh, was kann ich dir Gutes tun? Äh, ich hätte gerne Das hier Dafür brauche ich aber 30 Stück, du Freak Wie bitte? 30 Stück Wo wir unsere Ware her haben? Hahaha Das willst du nicht wissen, Partner Äh, okay Stellt die Haltbarkeit wieder Ist aber nicht nötig Eine Waffe, den eigenen Bedürfnissen anzupassen Hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Besser zu gut vorbereitet Habe ich recht? Äh, eleganter Armreif So, pass mal auf Ja, 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 ja Eleganter Armreif Da können wir zwei Sachen reinknallen Da würde ich gerne diese Roten Kristalle, wenn das geht Äh, den hier Und den hier Geht das? Ja Dafür kriegen wir immerhin 13.200 Genehme Reise Ja, danke Ich bin schon wieder da Verkaufen Und zwar Den Armreif, bitte Ja Das sehe ich genauso Wäre das dann alles? Ja, ja Dankeschön Vielen Dank, mein Freund Oh, diese helle Bade Hätte ich gerne Sieht, äh, sehr gut aus Besser als unsere ganzen Messer, die wir da immer nutzen Wir sind Kapitel 7 Sehe ich gerade Ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel es gibt Ashley, komm Komm mit Wir schauen uns mal das Schloss an Oh Krass Sieht auf jeden Fall Sehr, sehr Eindrucksvoll aus Was ist, was ist das hier? Oh Herzlich willkommen In meinem Schloss Oh mein Gott Wer bist du denn? Welch eine Ehre Sie endlich Kennen zu lernen Mr. Kennedy Wer zur Hölle Bist du? Ich? Oh bitte Nennen Sie mich Ramon Oh Ramon Lassen Sie mich gleich zum Punkt kommen Okay Ich möchte, dass Sie mir das Mädchen Übergeben Sorry Alter, wer ist das da hinter dir? Tja, netter Versuch Ramon Aber ihr geht's gut Bei mir Mr. Kennedy Mr. Kennedy Binobel Sie werden jedoch verstehen Dass wir das Mädchen brauchen Wofür? Mit ihr als Quelle werden Die Vereinigten Staaten Und dann die Welt von seiner Gnade erfüllt werden So Alter Ist klar Diese Typen hinter dem Oh Du hast sie gehört Wie bedauerlich Die Typen hinter dem Typ Sorg dafür, dass sich unser Gast wohlfühlt Erfüllt seinen Wunsch nach dem Tod Ähm Ach du Scheiße Die zwei sehen sehr freundlich aus Und ihr auch Leon Bleibt dicht bei mir Ähm Komm mit Was? Wo kam die denn jetzt Wer hinter uns? Was? 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 es wird gut beruhigt dich gerne ich nehme das mal alles auf damit danke jede menge pesetas die meinen es ernst die kollegen das ist nicht so schön okay ich glaube wir haben einiges geschafft und du guckst du weißt du willst mir auch mal helfen ex kerl ich lade erstmal hier nach was wir so haben ja und da würde ich sagen machen wir hier weiter aber nicht mehr jetzt sondern in der nächsten aufnahmesession es war es war ein erlebnis wir haben einiges erlebt jetzt nicht mehr als reich mit arbeit ich bin heute feierabend also freunde ich hoffe es hat euch spaß gemacht wir sehen uns in der nächsten folge wieder und dann geht es von hier weiter und dann gehen wir da rein ich habe ich habe jetzt schon schlotterne kli aber das kriegen wir alles hin da bin ich mir sehr sicher also vielen dank fürs zusehen wir sehen uns bis dann adios amigos tchau tchau